Cornwall für Anfänger Küstensehnsucht 1 von Karin Lindberg Gelesen von Julia von Tettenborn Sanftes Rauschen drang an Annes Ohr. Es roch nach Meersalz und Frühlingsblüten. Nichts in diesem Raum kam ihr vertraut vor, und doch fühlte sich die Umgebung irgendwie heimelig an. Als sie sich erinnerte, wo und weshalb sie hier war, riss sie die Augen auf und keuchte. Für einen Moment verharrte sie regungslos und versuchte, ihren rasenden Herzschlag zu beruhigen. Nach und nach wich die vorausgegangene Panikattacke der Resignation. Mit einem Stöhnen schloss sie die Lieder und ließ sich zurück in die puffigen Kissen sinken. Anne atmete tief ein und füllte ihre Lungen mit der frischen Morgenluft. Ihre Muskeln entkrampften sich ein wenig. Das Tosen der Brandung drang jetzt verstärkt durch das geöffnete Fenster an ihre Ohren. Sie hatte es die ganze Nacht über wahrgenommen, aber keine Ahnung, wie weit das Meer tatsächlich vom Haus ihrer Tante entfernt war. Obwohl sie als Kind schon einige Male in Cornwall gewesen war, hatte sie keine genauen Erinnerungen mehr abrufen können. Für ein kleines Mädchen wirkte sowieso alles größer und weiter. Anne dachte mit einem wehmütigen Lächeln auf den Lippen an vergangene Tage ihrer Jugend. Sie wünschte, ihre Probleme ließen sich so leicht beseitigen, wie die eines Kindes, das traurig war, weil sein Lolli auf den Boden gekullert war. Anne seufzte. Leider war ihrem Problem nicht so einfach beizukommen. Und sie wollte jetzt auch nicht daran denken, sondern ihre Sorgen vergessen. Genau deswegen war sie hier. Nicht nur deswegen, denn ihre Tante brauchte zudem ihre Hilfe. Als Anne gestern, nachdem sie zuvor Lisbeth im Krankenhaus besucht hatte, aus dem Taxi gestiegen war, war es bereits dunkel gewesen. Tief schwarze Nacht, um genau zu sein. Sie hatte kaum die eigene Hand vor den Augen sehen können. Von Wegbeleuchtung hielten die Leute in St. Agnes anscheinend nicht viel. Sie grinste. Hier war vieles anders als zu Hause in Hamburg. Zum Glück. Erst jetzt bemerkte sie, dass sich am Fußende ihres Bettes der Kater ihrer Tante zusammengeheult hatte und sie aus zwei grünen Augen anstarrte. Gestern war Lord Nelson vor ihr geflüchtet. Also hatte Anne ihm einfach frisches Wasser und etwas Trockenfutter in den Napf gefüllt, ehe sie völlig erschöpft ins Gästezimmer gestolpert und sofort ins Bett gefallen war. Das Zimmer war wundervoll kitschig eingerichtet. An den Wänden klebten Blumentapeten. Das Bett hatte ein eisernes, verschnörkeltes Gestell und ihr Bettzeug war mit einem Blütenmuster bedruckt und duftete nach Lavendel. Auf den Simsen vor den Sprossenfenstern standen kleine Blumentöpfchen mit Kakteen. Die Vorhänge bauschten sich im Windhauch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017